Berichten zufolge bestritt Prinz William ein Treffen mit Prinz Harry, als dieser in Großbritannien König Charles besuchte, nachdem er von seiner Krebsdiagnose erfahren hatte. Prinz Harry könnte sehr bald wieder mit König Charles zusammentreffen, während er sich auf einen bevorstehenden Besuch im Vereinigten Königreich vorbereitet, da ein königlicher Kommentator behauptet, der König habe seinem Sohn nie die Tür verschlossen. Der Herzog von Sussex hat ein angespanntes Verhältnis zu den anderen Mitgliedern der königlichen Familie, seit er 2020 von seinen königlichen Pflichten zurücktrat und mit Meghan Markle in die USA zog. Seitdem erhob der Herzog in einem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey und in seinen Netflix-Dokumentationen mit Meghan sowie in seinen aufschlussreichen Memwaren Sparer eine Reihe von Vorwürfen gegen die königliche Familie. Doch ein königlicher Kommentator behauptete nun, Harry könne nicht nur wieder mit seinem Vater vereinen, sondern dass er auch eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung seiner Beziehung zu Prinz William spielen könnte. Richard Fitzwilliams sagte, der König versuche, die Dinge zwischen seinen Söhnen in Einklang zu bringen, nachdem Berichten zufolge William und Prinzessin Kate Harry gebeten hätten, seine Kinder bei seinem nächsten Besuch in Großbritannien mitzubringen. Er sagte gegenüber GB News, die Kluft ist sehr tief, da wir alle wissen, dass die Sussexes seit vier Jahren die königliche Familie angreifen und William von Natur aus misstrauisch ist, weil er Harry nicht vertraut. Es ist möglich, dass dies ein völlig neues Szenario darstellt, da König Charles die Tür nie geschlossen hat, da beide seine Söhne sind und zwei hochrangige Mitglieder der königlichen Familie schwer erkrankt sind. Eine neue Brücke. Prinz Harry wird voraussichtlich am 8. Mai zu einer Zeremonie in der St. Pauls-Gesiedrill nach Großbritannien zurückkehren und den 10. Jahrestag der Invictus Games feiern, die er mitbegründet hat. Fitzwilliams sagte, dass es sich zwar um eine sehr wichtige Arbeit handele, diese aber leider von den Gerüchten darüber überschattet werde, ob Meghan dort sein werde und ob er mit König Charles wieder zusammenkommen werde. Er sagte, es ist ein sehr wichtiger Jahrestag, weil der Thanksgiving-Gottesdienst abgehalten wird, um das 10-jährige Bestehen der Invictus Games zu feiern, und das war natürlich eine bemerkenswerte Sache, die Harry gegründet hat. Eines der Probleme besteht darin, dass es davon überschattet wird, ob Meghan dort sein wird. Ich würde nicht denken. Und andererseits wird König Charles eine Rolle bei der Friedensstiftung spielen, ob er seinen Vater sehen wird oder nicht. Zuvor wurde berichtet, dass Prinz William ein Treffen mit Prinz Harry bestritten habe, als er zu einem 45-minütigen Besuch bei König Charles in Großbritannien war, nachdem er von seiner Krebsdiagnose erfahren hatte.